Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von Kartoffelsalat, Einzelfallhilfe und davon wie schnell es gehen kann, nicht mehr ernst genommen zu werden. Neben dem Kartoffelsalat spielen in dieser Geschichte eine Person, mit der ich studiert hatte, und ich. Diese Situation spielte sich zu, zu einer Zeit, als ich Einzelfallbetreuung bekam. Ich befand mich gerade zwischen Betreuungssituationen. Während ich auf eine neue Betreuung wartete, beendete ich mein Studium ohne betreutes Einzelwohnen oder Einzelfallhilfe. Am letzten Seminartag in der Uni begleitete ich einen meiner Kommilitonen zur Bushaltestelle. Wir sprachen über Zukunftspläne und auf Nachfrage erzählte ich über meine Abschlussarbeit und mein Gegenüber erzählte von Visionen und Wünschen und Ideen. Während der Bus einfährt, lädt mich mein Gegenüber zu einem Theaterstück ein, welches während deren Praktikum bei einem sozialen Träger für betreutes Wohnen entstand. Ich war interessiert zu sehen, was bei dem Theaterprojekt entstand und ging hin. Es stellte sich heraus, dass es derselbe Träger war, bei dem ich mein Betreuungsverhältnis hatte. Als ich da ankomme, steht die Person, mit der ich studiert habe, schon vor der Tür und ich gehe dahin. Hallo. Hallo Elia, wie geht es dir? Gut. Ich freue mich auf das Stück. Wie geht es dir? Was machst du so? Im nächsten Monat fange ich an, hier zu arbeiten. Aber wirklich, Elia, wie geht es dir? Ähm, mir geht es gut. Fängt nicht das Stück gleich an. Es beginnt eine halbe Stunde später. Aber oben hat es Kartoffelsalat. Okay, dann drehe ich noch eine Runde mit dem Rad und komme dann wieder. Bist du sicher? Bist du sicher, dass du keinen Kartoffelsalat willst? Es wäre doch sicher gut für dich etwas zu essen und Leute kennenzulernen. Nachdem ich meinem Gegenüber wiederholt bestätigte, dass ich wirklich keinen Kartoffelsalat wollte, verließ ich den Ort und drehte eine Runde mit dem Rad. Aber es ist da gerade passiert. Wie wurde ich von einer Person, mit der Ideen und Visionen geteilt werden, zu jemandem, dem nicht mal zugetraut wird, zu entscheiden, ob ich Kartoffelsalat haben will oder nicht? Nach einer Runde mit dem Rad sah ich mir das Stück an und begegnete nach der Aufführung der Trägerkoordinatorin. Sie bestätigte meine Vermutung, dass mein früherer Kommilitone meine Betreuung übernehmen sollte. Und plötzlich verstand ich, wie ich in deren Augen von einem Gegenüber zu einer Person wurde, der nicht mal zugetraut wird, zu entscheiden, ob ich Kartoffelsalat haben will oder nicht. Ich entschied mich gegen diese Zusammenarbeit, Einzelfallhilfe oder Kartoffelsalat. Und falls ihr euch wundert, ja, ich bin mir sicher. Also, ich habe noch ein paar Minuten beobachtet. Und dann, bislledig zu der Augen von der Augen von der Ausgabe sind für die Einzige Musik und die Überlegung. Und dann muss ich den Weg, in der Augen von der Augen von der Östeine in den Weg zerarren, und jetzt das ist von der Augen von der Österbeutung, Und dann muss ich ein wenig über das Ganze, ich bin so ganz viel, Und dann die jumpschehen.